schöne frau herzlich willkommen bist du bereit für die insel der weiblichkeit dann lade ich dich herzlich ein auf das gottesgift corpore retreat wir werden sieben tage lang in die praktiken der göttinnen eintauchen und die schakti energie in uns mehr und mehr erwecken wir das thema dieses retreats ist gut in julio innergottes das heißt wir verwurzeln uns in unserer anwendung in unserer verbindung zu unserer götten und wir suchen sie nicht mehr im außen sondern lernen sie immer mehr in uns zu verankern und zu verstehen wie sich das für uns anfühlt ich freue mich sehr wenn du vom 11 bis zum 18 mai auf corfu in den kreis von frauen in diesem heiligen und magischen kreis mit dabei ist und ja sagen herzlich willkommen bis zum 15 februar ist der frühbuchrabatt melde dich an nimm deinen platz ein in diesem heiligen kreis ich freue mich sehr wenn du dabei bist und sage alles lieben bis dahin tschüss i feel the magic living in my bones and i have eyes to see that i am home again i hear the music playing in my soul and we will sing until we come home again oh 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 Untertitelung. BR 2018